Also, was nehmen wir jetzt da? Mach nichts mehr, brach jetzt da nicht. Also, keinem nicht, was du tust. Wir sind nicht mehr da. Rucksack, Granate, Mine, 2. Den Taser kann ich nicht mehr nehmen, aber der ist scheiße. So, ich bin bereit auf... Musst du noch umzugehen? Ja, ich auch. Gehst du los mit? Ja. Oder gehst du bei mir? Wir sollen ihn losessen. Ja, du musst da unten gehen. Ja, ich unten. Ich hab den Eintraus in der Hand. Geht? Und in den Lingerissen. H wins! Nichts. Nichts. Och. subtitularist. Ja, ich bin drin. ��. Das ist wirklich schwer. Das ist halt unten, Gell, oder? Irgendwer ist mir unten gekrennt. Das war der Rosti. Das glaubst du eigentlich ich hinterher. Ich geh jetzt so. Was hab ich gesagt? Dass ich da so einen naschen Mufa jetzt geschafft hab. Ich hab's gehört. Das geht nicht auf YouTube. Rieseln los, Spacke. Rieseln los, Spacke. Kommst du runter? Rieseln los. 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 also was machen wir? wir haben eine oben und eine unten wir sind ja am besten wir haben ja gar nicht, ich bin unten ich wohne wieder in wir werden halt eine schießen das ist glaube ich das ist der einzige wo das Ding besser ist also ich bin oben ich dich das erste mal eine oder zwei Dinger auch weißt du der Scheiße klickt die Miene der gleich wieder weg Okay begin in progress was Hacking? was er geschafft? ist er oben? Antwort umba прочll das ist Klaus und der Chopper Der Alarmer, da haben sie einen Alarmer. Nein, das war schon der. Da ist was raus. Das sieht gut aus. Das ist unten. Nein, oben. Was? Vom, oben, Garten. Garten? Ja. Jetzt ist Glaskonstruktion offen, oder? Nein, Glaskonstruktion ist das glaube ich jetzt sie wie im Garten, das haben sie ja gerade vorhin schon gemacht. Was heißt das jetzt? Ich stelle jetzt 2 Meter, 2 Meter vor mir. Und dort hacken. Also Glaskonstruktion, wo du jetzt gar nicht, gar nicht hinterher rennst, was du gerade vorhin abbruchst. Da, das ist, da das, und Glaskonstruktion ist das da hinten? Genau, das ist das unechte Ziel sozusagen. Ja, genau, das haben sie jetzt gemacht. Ja, und das äußere haben sie schon fertig, das Einsatzziel. Was ist das äußere? Das Einsatzziel, äh, das... Gehen wir da vorne in die dir rein. Rechts, rechts, rechts. Die dir. Und hinter dir sozusagen, das haben sie schon gemacht. Das? Ja. Das ist der Garten oben. Ach, nehmen wir den Tegler. Ja. Mach ich jetzt. Dann ist oben. Und im Garten wo das. Der ist schon hin. Ich schaff jetzt wieder nicht, dass die Dinger aufmachen. Ich komme wieder schaue, ob's, wenn's ins Garten kommen, merke ich das. Was? Corridor Level 2 Intruder Detected. Was? Der Garten oben ist einer. Ist ja schon drin wahrscheinlich nicht. Der hat wahrscheinlich irgendwo auf die Schränke gefällt, dass er die nicht zusammenhauft. Na, rechts unten von dir. Also nicht unten, aber gleiche Höhe. Da hat er bis gerade nicht vorbei gehört. Ich weiß nicht. Ah, rechts! Er ist abgepft, okay. Garten unten ist er. Na, schmeißen wir mal eine Granada rein. Was du auch? Es gibt bloß ein Sticky-Camp bei mir ameinander. Heiß, Armin, Buck! Wer denn das? Wie war das? Fahr mit dem Aufzug runter. Fahr mit dem Aufzug runter? Du! Mit dem Aufzug runterfahren. Warte, was vorhin? Was bleiben? Was bleiben? Ich will's bei mir gleich. Wir machen jetzt erst mal Angst. Ich bin jetzt nicht oben oder weh? Ah! Ich war ja schon... Nein, ich bin oben. Ich muss ja alle fahren. Äh ja, alle hoppen. Super strong fahren. Am Zugor hat allgekratzt. Oben her ich war's. Beide oben. Sicher beide? Naja, einen hat er jetzt gerade schon oben gebracht. Ob der jetzt schon wieder oben ist, weiß ich nicht. Was hat das so Kamera gekostet, der jetzt so einen ersten Zoom drin hat. Okay, Garten oben lauert, oder? Auf dem Griffst. Ja. Ja. Kann auch nehmen wir mal einen Dings... Spy-Track rein. Vielleicht kriegen ja. Nein, der steht dahinter. Geht hinten eine. Oben. Ja. Irgendwas haben wir jetzt. Scheiße, das war ja... Das ist ja eigentlich nicht Gartenman. Nein. Oh. Oder? Electric System. Oh, oder? Das war schon... Ja. Also einer ist jetzt oben. Entweder... Ja, das war der, dieser Chef. Was ist der drin? Ich weiß nicht, aber da drin ist. Ja. Ja, ich habe ja wieder drin. Bist du unten? Mhm. Und der ist schön. Also oben ist auf jeden Fall einer, wenn der sieht. Bei hier hinten ist mein Rucksack. Rucksack auswählen. Ja. L-Drucker. Passt. Unten ist jedenfalls einer. Ah, ok. Oder das war jetzt gerade ein Bug. Oben ist auch einer. Aber der oben kommt nicht weiter. Nichts. Hm. Nein, ich glaube das ist ein Bug. Der hat da irgendwo aus die Schränkung glaube ich. Wo? Ich sehe nämlich da oben einen Laserpointer schon, ja? An der Deck. Was ist der so weit? Halt, da hat er eine Arminie entfernt. Nein, die habe ich entfernt. So ist er. Ich etwa. Wer aufkommen? Ein Rucksack nehmen? Einmal, Alter. Da bin ich nichts mehr drin. Das kannst du nicht. Ewig aufnehmen, oder? Also. Das dauert bloß ein altes Wasser. Du hast dran. Nein, das ist zu oft. Scheiße, das haben wir selber ins Luft gekriegt. Oben ist ja schon eine gleiche Idee. Einer kommt runter und rennt. Ich gehe jetzt rein. Aber links oder rechts gehe ich nicht. Ja, das will ich mal machen. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ja, bis dahin. Du hast dann mit zwei. Ich bin rein, jetzt. Ja, einfach für dir sind dann rechts. Bis jetzt oben. Da unten, wo tut den Chef. Passt. Ach, da unten. Jetzt müssen wir schauen, wann ich war. Ja, zwar nicht noch. Ja, sowas bist du an, das. Was ist das für euch? Ja, zwei, drei, zwei, zwei. Ja, zwei, drei, zwei, drei, zwei. Was ist das für dich? Ja, eins, zwei, zwei, drei. Ja, zwei, drei, zwei. Ja, zwei, drei, zwei. Fick. Garten ist ein Heim. Weiß nicht. Rass ihn in den Gartenbau rein. Der hat da was gekackt. So ein Zwischenziel. Ich würde mich umeln gehen, weil ich hier rassen stehe. Ich meine, die Freien scammert er mich schon. HALT NEH! Ich habe noch rassen umeinander. Ich habe gerade einen Lüftungsschacht in den Garten gesehen. Eine oder zwei. Ja, eine oder andere habe ich gerade gehört. Der wird also dann unten bleiben. Sehen wir aus dem ersten Jahr, wie viele Prozent das sind? 0,0? Ja, schon. Ich tue so ein bisschen drauf, schau. Das schallt aber durch zwischen Distanz und... 0,0. LOL! Der hat jetzt noch Minuten. So, den hitze ich jetzt. Ja, genau. Wenn ich ihn ziehe, dann schallt er den Tannumzug ein. Super, Köpe! Ah ja, aber wenn die Waffe wieder in den Feuerstoßmodus sein sollt, X einfach lange gedrückt halten, dann macht er einen vollautomatischen. Wo ist der vollautomatische? Noch mehr vollautomatische? Ich glaube, das schaffen wir es nicht mehr. Zwei Ziele auf 15 Sekunden. Und dann kommt wieder der Leroy wahrscheinlich. Also, in Gott, dass ich dann noch einen Kippel im Flug anschließen. Ah, und als Fabrikant. Der links, der wird mit hinten geraten. Oder aber nicht mehr geschafft. Ja, da drin hätte ich auch keine Freude gehabt. Ich glaube, da waren drei. Überall zwei Minen. Oder drei ist das Limit? Ja, drei ist das Limit. Okay. Drei ist das Limit. Nicht schon wieder gut. So, was machen wir jetzt? Station, oder? Ja, wir können auch Aquarius machen. Spucken wir unten Aquarius. Wenn du mal sagst, dass das Spulen viel ist. Ja, ich würde auch zahlen mit Spulen. Du musst mich nicht koordinieren. Ja. Bei Station genauso. Bei Station kann ich mir noch wenig aus. Ja, Station ist offen. Er hat ja die Zeit. Leben. Was haben wir mit Mersen eigentlich? Wir haben jetzt gerade Mersen. Ja, wir haben jetzt Spi machen. Also das Herklappen ist klasse. Vor allem die Reichweite ist halt bombastisch. Die Höhe ist auch ziemlich nasch. Also die Höhenvariante. Höhenwinkel. Die Höhe der Töne.